Du suchst einen langweiligen Bürojob ohne Bewegung oder Nervenkit? Du willst jeden Tag über Sachen reden, die dich absolut null interessieren? Abwechslung ist das Schlimmste für dich. Und du machst am liebsten immer das Gleiche? Wie wär's mit eingerosteter Technik aus dem letzten Jahrtausend ohne Fortschritt? Sehnst du dich nach einem frustrierenden Arbeitsalltag ohne echte Wertschätzung? Und das in einem Unternehmen, dem die Umwelt genauso egal ist wie die Arbeitssicherheit? Suchst du einen Job, bei dem du deine Kindheitsträume an den Nagel hängen kannst? Mit nur einem einzigen winzigen Standort ohne Aussicht auf Wachstum? Und ohne einen weltweit agierenden Konzern, dessen Zentrale alle Kräfte vereint? Ein ausbeutender Knochenjob ohne Pausen zum Abschalten? Wenn du genau so einen Job suchst, dann bewirb dich jetzt. Aber nicht bei uns. Denn bei Zeppelin erwarten dich spannende Jobs. Egal ob im Service- und Kundendienst, im Marketing und Vertrieb, sowie im Personal- oder Finanzbereich. Wir freuen uns auf dich.